Und so, darf ich Ihnen einen jungen Mann ankündigen, der mit 19 Jahren Deutschlands jüngster Kampfsportveranstalter ist. Er ist eigentlich verantwortlich für diese Veranstaltung und ich denke, dass es ihm sehr gut gelungen ist. Er ist Ihr Pokalmatagum, sponsort bei Colosseum, trainiert im Siamt im Balkensmarkt Niederlande aus Gelsenkirche, den weißen Tiger nach Bord, Ibrahim! Er ist Ihr Pokalmatagum, das ist Ihr Pokalmatagum, das ist Ihr Pokalmatagum. Er ist mein Baby! Wir sind jetzt hier! Wir sind jetzt! Wir sind jetzt hier! Wir sind jetzt hier! Jetzt geht es um. Die internationalen Deutsche Gemeinschaft nach Version BPLiKL. Zwischen dir und Diener aus Markeholt, heute betreut noch Frank Jim aus Hamburg. Und Mahmoud Iwain im Weißen Tiger aus Gelsenkirchen, der heutigen Veranstaltung. Und ich habe vor langer Zeit, da war Mahmoud noch den Kämpfer versprochen, wenn ich jemals einen Titel komme und komme, soll mir in Anfragen werde, werde ich etwas tun, was ich sonst nie tun würde. Nur für ihn probieren wir heute den einzigen großen meiner Zund. Und nur für Mahmoud sage ich einmal in meinem Leben. Let's get ready to rumble! Modo, Modo! 3 mal auf 2 Minuten Jetzt kommt, Mahmoud. Boxen aus, aufwärtshaken. Jawohl. Mahmoud, boxen. Gib mir deinen zarten Kuss. Schön, weiter nachsetzen. Komm. Nochmal, ich kann nicht mehr. Drauf. Mahmoud, ich kann nicht mehr. Kopf wackeln, bring mal schöne Kopf wackeln. Weiter, weiter. Weiter. Auf der Tancke. Komm, Mahmoud, Kopf wackeln. Weiter. Kopf wackeln. Links, links. Aufwärts, aufwärts. Leberhacken. Weiter. Weiter. Vielen Dank. Vielen Dank.